Hallo liebe Freunde der Heldmaschine, wir haben unsere neue Platte am Start und die heißt Flächenbrand. Und natürlich gehen wir auf Flächenbrand-Tour. Wir sehen uns am 5.10. in Bensheim im Rex. In Zwickau, Club Seinerstraße am 6.10. In Forst, in Manitou am 7.10. In Augsburg in der Kantine am 11.10. In Siegburg in Kubana am 12.10. In Kaiserslautern in Kammgarn am 13.10. In Hamburg in Knust am 19.10. In Hameln in der Sumpfblume am 20.10. In Kabelmetall am 21.10. Kommt vorbei Leute, es wird eine Riesenparty, wir feiern den Flächenbrand. Yeah!